Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Zeit ist 5.3. Wir sind Minyas, ich bin Fleischhammer, das ist... Wir sind Minyas, bin ich schon... Ich bin zufrieden, das bin ich auch. Ja, okay. Sie sind Minyas, ich bin Fleischhammer. Wir alle. Let's go, dude. Wir alle sind Minyas. Ich bitte nach rechts raus, ja. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Jetzt brauche ich wieder einen Joiner, ne? Du brauchst immer, du brauchst zwei Joiner. Als würde ich das verwechseln. Es hat nie... Bau uns jetzt ein Jackpack. Den kann ich nicht bauen, weil ich keine Stangen habe. Och Minyas. Ich baue den jetzt. Nein, lass mich, lass mich. Lass mich. Nein, nicht hier, nicht hier. Gib mir ein paar Stangen. Danke. Halt. Danke, danke, danke. Kein Platz mehr. Was hast du bei, wenn du keine Stangen kannst? Alles andere, was ich nicht brauche. Tell me. Sei nicht so. Ich fühle mich irgendwie angegriffen. Haben wir schon wieder Beef, weißt du? Die Zuschauer merken das. Genau, Beef-Rust hast du gleich, mein Freund. Gehen in den Keller und dann... Einen, einen, einen und dann können wir uns das leisten. Baue ich uns Jetpacks. Geil. Bisschen weit weg, oder? Ja, bisschen weit weg. So, nochmal. Hm? Hm? Hast du gerade geschnaubt? Mhm. Ja. Ist das irgendwie Kritik an meiner Bauweise oder an meiner Person? Nein, nein. Überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht an deiner Person. Lieber einfach nicht. Ähm. Ähm. Häusper. So. 50, 50, 50. Wie sie alle nehmen. Let's go. So. Oh. Ouh. R&D inflatet your pocket dimension and has provided a Jetpack, which operates on auto-based fuel. Can we build a Jetpack now? Yes. I will try it. How to do this? Jetpack. Sprungstellen können wir auch. Sehr lustig. Dann können wir uns mal, können wir ein bisschen, können wir rumschwurben. Necylium, Börrennuss, Peledo-Beer und Speckpilze. Farbpistole. Jetpack. Wir brauchen Kunststoff, Platinen, Gummi und Kabel. Wieso auch immer, aber ich frage ja nicht erst nach. So viel Turbo drauf haben wir auch nicht, oder? Was brauchst du denn? Ich habe nicht einiges dabei. Äh, doch, eigentlich. Was brauchst du denn? Ich habe Kunststoff dabei. Siehst du, war ja klar. Warum hast du Kunststoff dabei? Wie viel hast du wahrscheinlich? 26. Wie viel brauchen wir denn? Mehr so 100, wollte ich sagen. Nein. Ja, alles. Ich nehme alles. Du nimmst alles. 26. Warte, ich komme mal. Hier. Hast du Fässer dabei? Was brauchen wir? Fässer. Fässer? Öl, nein, nein. Nein, du sagst. Ich habe zwei Liter Sprit dabei. Hast du Gummi bei? Gummi, ja, habe ich hier. Warte, da, so. 100 mal Gummi. Nein, das ist 192 Gummi. Soll ich Fässer besorgen? Ich gehe Fässer besorgen. Nein, 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 nein. Mach mal da oben weiter. Das ist, nein, nein, lass mal. Ich bin ja nicht fertig. Ich habe einen Container gesetzt. Ich meine, wollen wir das noch verarbeiten in Draht? Ist Draht das Einzige, was wir daraus herstellen können? Den kannst du auch gleich containisieren. Containisieren. Warum ruckelt dieses Spiel auf einmal? Das ist doch nicht zu... Ich bin ein bisschen traurig. Du bist nicht traurig, du bist eine Memme. Okay. Alte Memme. Mir ist jetzt schlecht schwindelig. Der ist gerade schwindelig. Das hat meine Frau auch immer. Wenn sie was Böses sagt und merkt dann im Nachgang, es war vielleicht jetzt nicht ganz so korrekt, dann kommt immer so ein leichtes Grinsen. Dann siehst du so... Oh, das hat sich gelohnt. So, weißt du, du könntest den Nacken einziehen, so. Weil sie Respekt hat. Das ist, hier ist ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, muss ich auch mal sagen. Das ist am Anfang noch demütig. Darf ich mit dir aufnehmen? Ja, okay. Du wolltest gleich mit mir, so. Ja, eigentlich schon. Ich fand dich geil von Anfang an. Aber das darf man auch nicht so sagen, weil das wird auch so ein bisschen die ganze Spiruralität unserer Beziehung... Spielt die Rurali. Richtig. Das machen wir schon ein paar Jahre, ne? Jo. Definitiv. Das sind schon so ein, zwei Jährchen, das kennen wir uns jetzt. Das ist so krass. Ja. Äh, heftig. Heftig. So. Produktion. Nehmen wir einen Konstruktor. Ähm, brisch rumbrisch. Ja, so. Ähm. Weit entfernt. Ja. So, ich hab ein Jetpack. Hast du Benzin? Wir brauchen Kraftstoff oder was braucht es? Was braucht es denn für ein... Kraftstoff, mein ich. Nicht den... Nicht den Bio, sondern den... Andern. Andern. Dem Andern sei. Andern sei. Und wie sag ich hier Signal... Flansch ist drin. Weg. Weg. Eigentlich ist ja ganz einfach. Splitter beim Eingang, Dings beim Ausgang. Bist du immer noch da beim Bauen, ey. Was fehlt mir jetzt da? Kabel? Habe ich... Was? Nix. Mir fehlt nix. Ist alles gut? Kabel? Nein. Als würden mir Kabel fehlen. Jetzt ist es aber auch schon ein bisschen lächerlich, ne? Mann, ey. Ne, mir fehlt nix. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Sie fehlt nix, doch. Nein. Ist nicht mein Gefühl, dass dir nichts fehlt. Grundlegend fehlt mir. Soll ich dir ein paar... 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 Äh... Eisestangen mitbringen, zufällig? Bin gerade... Ich bin runter von dem Zeug. Wir werden es gleich sehen, wenn das hier... Ich hab ein paar genommen, so. Ne, mal... Ich hau mir noch mal ein paar rein. Oh, Gott. Jetzt überlege ich nur gerade, wo wir das... Den Sammler aufbauen. Sagen, hier weiter in diese Flucht. So, das heißt... Äh... Wir müssen hier den Ausgang machen. Genau. Ist gut. Ist perfekt. Warte nicht, warte nicht. Ähm... Zack. So. Machen wir zu wenig dafür? Der TAN 240 ist bei 100% Auslastung. Ne, ist er nicht. Er ist genau bei... 20... Boah! Oh, sieht das geil aus. Diese Goldbahn auf dem Förderband. Also ich weiß, dass es kein Gold ist, aber... Lass mir mal die Illusion. Aber erst mal mal... So, da kann ich mich einfach mal ein bisschen mehr durchdrücken. Also stellenweise zuppelt es sich hierhin ab. Zzzzzz. Ich hätte mehr trinken sollen. Man merkt das Lallen. Du bist... Du bist... Zzzzzz. Zzzzzz. Null. Wieso zeigt er mir das nicht an? Oh, mini hast du Pfosten. Steht nicht da. Schade. Hm. Jo. Gerade ist am Start. Läuft hier gerade... Boah, das ballert aber durch. Wie schnell produziert er denn bitte hier? So, hast du Jetpack zweimal gebaut oder noch einmal bisher? Äh, hab ich zweimal gebaut, ja. Okay. Und das ist ja... Jo. Dann hätte ich gern so ein Ding. Ja, alles klar. Achso. Jetzt kannst du ja mal, äh, fragen. Gut. Ich komme. Was brauchen wir denn? Was fressen die denn von Sprit? Alles? So wie das Biodiesel und so? Ne, ne, ne. Die fressen nur den... Brennstoff. Ja. Wo bist du denn? Bin oben bei dem, wo der Draht hergestellt wird. Da, ja. Boah, krass. Verbränt die denn jetzt dein Hexer? Oh, Moment. Bevor ich jetzt hier... Bam, bam. Da. Oh, das sieht ja geil aus. Das sieht ja auch geil aus. Setz mal auf. Sieht man das auf deinem Rücken? Ah, das sieht man auf dem Rücken. Ja, dann mache ich einen Screenshot mit dem... Wie du das Ding auf dem Rücken hast. Ähm, zack. Ja, fett. Warte mal, ich packe mal den... den Xenobasher hier weg. Bevor es hier noch umglückt. Ja, cool. Warte mal, wenn ich jetzt beschleunige. Ich stelle mich mal zu dir. Ja, sieht man. Glamm sieht man. Cool. Ich sage mal einen Screenshot-Modus. Mach mal. Ups. Nochmal. Alle. No. Das hätte sich nur zweimal Sprit geholt. Nee, ich habe gar kein Sprit geholt. Ach so. Ja, wir müssen noch. Alle. Wow. Weißt du so, ich präsentiere euch an Silvester-Riesen-Feuerwerk. Ach. Und so. Alle. Mann, wie komme ich jetzt raus? Ja, lass mal. Ach, Mann. Ich gehe hier unten hin. Soll ich dich mitbringen, Sprit? Ja. Ähm. Ja. Auch. Au, au. Aber hier müssen wir auch irgendwie nach oben kommen, ne? Ja, wir haben kein Zwischenlager von dem Sprit gebaut. Wie viel hättest du denn gerne? Na, ein Hunnistack reicht eigentlich. Ein Hunnistack, ja. Das Problem, ich nehme es halt händisch auf, ne? Na, dann geh doch an den, äh... Ich hab, ich hab mein Hunnistack. Geh doch an die, äh, Fabrik hier. Wie heißt das Ding? Raffinerie. Jetzt hab ich einen Hunnistack. Alles klar. Gut. Jetpack Action. Warte. Warte. Der lädt aber auch nur auf, wenn du landest, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall schon leichter. Haben wir denn schon 100 Draht? Könnten wir denn noch die Erforschung anstetten? An, an Bahnen? Was, was haben wir denn jetzt als nächstes zu erforschen? Wir haben doch ein JPEG. Was, was willst du mehr in dem Spiel? Ja, stimmt. Oh, ist gleich ein ganz anderes Umher-Flusel hier. Absolut. Turbodraht. Ein Hunni. Kann ich den da einpacken? Passt. Kann ich, musst du starten. Ne, probier mal, es müsste gehen. Nochmal ran. Zweites Mal ran. Okay, ich geh jetzt nochmal ran. Da ist sogar der Turbodraht weg. Okay. Okay, erforscht. Gut. Turbodraht-Forschung. Was kann man damit machen nochmal? Das stand hier drin, ne? Man kann Turbodraht erforschen. Ich meine, das ist ja schon mal... Schon mal geil. Geil. Kraterium. Den Strom-Mass 2 für mehr Bombs. Das sind aber nur die Zweier... Und den Heavy Frame herzustellen aus Turbodraht und Gummi. Könnte man oben sozusagen aus dem Turbodraht, den wir da kriegen, ganz leicht diesen Heavy Frame machen. Achso, das ist ein alternatives Rezept. Ich wollte gerade sagen. Wie der wird aus Turbodraht und Gummi hergestellt. Genau. Ah, okay. Weißt du, was wir machen können? Was wir uns als Ziel setzen könnten für jetzt noch ein paar Folgen? Weil wir können es den Zuschauern so sagen, so allzu viele Folgen werden das hier nicht mehr werden. In dieser... Also wir werden grundsätzlich noch Satisfactory spielen, aber wir werden eine kleine Kreativpause haben. Ne, in Wirklichkeit fährt Fleisch aber in Urlaub, von daher. Aber wir werden praktisch dann jetzt noch so viele Folgen aufnehmen, wie geht. Das wissen wir jetzt zum Zeitpunkt noch nicht. Also ich denke mal, dass wir jetzt noch so zwei Folgen danach, nach dieser Folge, haben. Und dann gibt es eine kurze Pause, bis auch der Patch halt da ist. Weil ich glaube, wenn du aus dem Urlaub zurück bist, müsste der Patch eigentlich da sein mit dem nächsten Tier. Und dann fangen wir neu an. Es kam ganz viel, nehmt doch den Aufzug mit, nehmt Material mit, dann müsstest du es nicht neu erforschen. Wir fangen vom Scratch an. Also so, ne? Ja, absolut. Es wird viel besser, das wirst du sehen, wenn wir das so machen. Mein Zukunftsicht wird dir glauben. Ja, bitte was? Ich habe eine Höhle gesehen. Eine Höhle. Was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal auf dem Rochen reiten. Okay. Also fliegen. Ich würde gerne Spinnen verkloppen, komm. Okay. Wir holen uns jetzt die Soch hier hinten, nicht weit weg, meine ich. Okay. Da, wo wir das Katerium hatten. Ich bin übrigens dafür, dass wir das nächste Mal anfangen in der Mitte hier. Denn nicht im linken und nicht im rechten Bild, sondern in der Mitte. Ich weiß nicht mehr, was das... Im linken oder rechten Bild? Ne, aber wenn wir jetzt neu anfangen, dann kann man doch wählen, die drei. Ja, in der Wüste. Nein, hör auf. Das ist auch beschissen. Die ging. Geht. Das ist echt in Ordnung so. Aber im Grün ist doch... Ich finde es halt optisch viel schöner. Ja, okay. Das ist immer so ein bisschen rötlich. Ja, genau. Ich habe ja im Solo-Leadsplay, was ich im Livestream verwendet habe, da habe ich im... Guck mal da hinten auch schon. Bist du bei mir? Ne. Ja, ich bin da. Oh, ein Frack. Ja, genau. Guck mal da mal hin. Jo, dann. Okay, Geronimo. Let's go. Alles so viel besser. Das ist schön, ne? So. Wo wir uns Strom hierher ziehen? Wir brauchen Rotoren. Ah, ich habe die ausgepackt gerade. Ich habe... Könnte welche... Drei habe ich dabei. Wir brauchen drei. Ja, die habe ich dabei, oder? Drei habe ich dabei. Wo ist die Klappe? Die ist ganz schön weit offen bei dir stellen. Hier ist das Ding, hier. Ach, da. Jo. Die sind ja schon drin. Da sind schon drei drin. Woher biegt da nicht Ringe nicht? Bei mir nicht, also von mir aus. Oh, jetzt ist ein Computer drin gewesen. Nice. Ich habe ein Computer. Computer. Ich sollte echt mehr trinken vor der Aufnahme. Wie viel? Ein Computer? Ja. Ja, kriegt man doch immer aus den Dingern. Das ist ja nur für die Forschung. Nee, du kriegst eine Festplatte, oder? Ja, eine Festplatte. Nee, ein Computer. Entschuldigung, bitte. Ja, eine Festplatte ist da drin. Och Mann, ey. Was hast du denn... Ja, ich habe zu wenig gelungen, aber das weißt du doch. Du gehst mich doch hier mit, um welchen Computerscheiß, du. Ja, warte mal. Kurz die Taschen aufgemacht. So ein Würfel, Würfel-Laub hingeworfen. Ähm, Richtung Ost, Süd, Süd, Ost, Süd, Ost wollen wir. Ja. Ich komme. Augen auf, ich komme. Was war das denn mal für ein Lied? Ähm. Eckstein? Nein. Nee. Nee, nee. Schreibt sie in die Kommentare. Guck mal, so machst du ja so, provozierst du Kommentare. Nein, ich weiß ja im Moment wirklich nicht. Ah, nein. Aber du willst da hoch? Geht das? Ja. Aber nicht wichtig, wie ich da runter schaubse. Oh, das ist aber eine knappe Kiste gewesen. Ich glaube, das war von dem Kisici, das Lied. Augen auf, ich komme. Doch. Augen auf, ich komme. Kisici? Ach, hier, der Rogge. Der Rogge, Kisici. Martin Kisici. Angel of Berlin. Nee, war das das nicht? Genau, der, der, der Heinz. Macht der noch was? Ja, Burnout. Ah, es kommt jetzt gerade, die Regie sagt gerade, es war von Umpf. Nee. Umpf war 1, 2, 3, 4, Eckstein. Labyrinth von Umpf. Okay, ich kann mich auch. Augen auf, nee, Augen auf. So, Augen auf, Umpf, keine Ahnung, also Umpf, Kamp. Also Umpf, O-O-M-P-H. Hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Wo bist du, bist du jetzt da oben? Ich bin jetzt hier kurz mal die Elektroschnecke abschnecken. Äh, weil hier war so, zum Zerstören so ein Zeug. Da hinten. Jetzt auch, wird auch interessant, ne? Ja, Sprengstoff, ja, big bye. Oder kommt das mit dem nächsten Update auch? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Aber ist kein Sprengstoff? Das ist ja super langweilig. Sollen das mit dem Update sein? Kommt gar nicht so viel, der kommt jetzt beim nächsten Mal, ne? Ja, also, äh... Ja, die Tiere sind mit dem... Ne, die kommen erst Ende, Mai. Nein. Bist du sicher? Jetzt kommt die Quantenschicht dazu. Aber ich sag's einfach. Ach so. Bist du bei mir? Ich bin ja der, ja. Du musst nur mal mein Stänkchen in die Hand nehmen, verstehst du? Du weißt, was ich meine. Verstehe schon, was du meinst. Genau. Aber ich glaube, das ist aber nur der Durchgang, oder? Ist das nicht nur der Durchgang zu... Ich hab keine Ahnung. ... der neuen Welt? Jetzt ist er so höhlig. Ist halt nicht dunkel, ne? Das ist... Ja, hier geht's einfach nur durch. Hier ist irgendein Ernst. Hä? Wo? Oxid. Bei dir. Kommt man auch noch nicht, oder? Meine nicht. Oxid, Wein. Erstmal sollte Quarz kommen, dann Aluminium. Ich nehm auch was mit. Wee... Ach, schade. Ich wollte grad singen. Wusste das Spiel und hat schnell den Felsen weggemacht. Oh nein, er sieht das Zwerge, das macht ihn weg. Die ist aber ganz schön ranzig hier. Was ist das hier? Nee, Kackstein. Was wir auch noch nicht haben, wir sollten uns die Gasmasken freischalten. Ja, die haben wir deswegen noch nicht... Oh, guck mal hier, das sind hier Kollegen. Mal, endlich mal ein bisschen Wasser umschlitten. Die halten da nix aus mittlerweile. Voll aus den Ladschmitswürbeln. Aber hier ist auch viel mehr dschungelig, als wo wir angefangen haben, oder? Als wo wir. Boah. Ja, genau. Du richtig. Als wo wir zu tun, natürlich. Blutenteen. Du richtig. Du richtig. Du, okay. Hier ist ein See. Hier See. Ach, Zendome getroffen. Oh, Lack. Lack. Ach, wir haben ja erst Ende April. Ich dachte, Tier 6 soll Ende April kommen, oder? Nee? Nee, nee. Leider nicht. Egal. Da ist eine Höhle, eine Wasserhöhle. Wollen wir mal gucken? Wir starten auf jeden Fall an Staffel 2. Oh, du kommst auch nicht mal so was heraus, ne? Du kannst jetzt nicht hier raus starten. Nee, das stimmt ja. Ach, der ist noch hier. Links ist noch. Und, Rack. Hä? Ja. Von wegen, du kannst nicht raus starten. Lava. Wie hab ich denn das gemacht? Kannst du halt so... Wer war denn den? Er ist ein Hexer? Bin ich Moses? Da sind zwei so eine Flieger nach rechts. Drei. Oh yeah! Ist ganz schön nebelig. Hä, warum treffe ich die nicht? Aber du... Da war nur vier. Ach so. So. Was haben wir denn hier? Das ist eine Batterie. Eine Batterie? Okay, krass. Ey, ey, komm her. Voll Wolli genommen. Habe ich doch irgendwo noch Schrauben gesehen und Rahmen? Den Rahmen habe ich. Na ja, habe ich dabei. Boah. Was ist hier? Äh, und was hast du gekriegt? Noch ein... Äh, noch so eine Festplatte. Ja, sieht aus wie ein Kercher, ne? Der Eingang ist auf Kercher. 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 Ich muss noch kurz Danke sagen. Da sind die Lebensbaume, die ich meinte. Guck mal. Was für Monsterbäume, Alter. Was? Monster? Wo? Monsterbäume. Ich komme. Jetzt können wir den sägen. Bist du Holz? Warum haben wir gerade das Sprechen verlernt? Nur, weil ich mich einmal versprochen habe. Der Zuschauer denkt doch in der Aufnahme, die haben sie nicht mehr. Na gut, na gut. Was für Beweisen war. Kann man nicht sägen. Ach, das ist ein Baum. Ich dachte, das wäre ein Felsen. Ne, das ist ein Baum. Vielleicht kann man da hoch. Mal probieren. Dann machen wir den Richter an, JTD. Oh, ne. Das geht nicht gut. Da müssen wir eine... Plattform zwischensetzen? Ja, genau. Ja. Ja, okay. Stufe 1. Oh Gott. Warum läuft die Spiele heute so ruckelig? Ich verstehe es nicht. Jetzt wahrscheinlich nebenbei noch Anno an, ne? Genau. Stimmt. Warte mal. Ich habe Anno nicht ausgemacht. Ich glaube, das ist gerade... Ne, das stimmt nicht, ne? Nein, nein, das stimmt nicht. Nein, nein. Das wäre ja maximal doof. Warte, ich muss wieder darauf landen? Nicht abonnen. Oh Gott. Aber ganz kurz. Oh, ne. Kommt nicht rein. Ah, das Spiel will... Oh, bitte. Oh. Oh, warte. Ähm. Aua. Ich habe doppelte... Ich habe einen Kater auf dem Schoß während der Aufnahme, der jetzt hier auch gerade... Ich sitze hier nicht gemütlich. So verstehe ich jetzt. Also, ich habe keinen Spaß. Wer Kater hat oder Katzen hat, weiß doch allgemein. Kann ich mich da auch vielleicht so ein... Ich nehme nur ein Eckchen vom Bett, Kater. Nimm ruhig den Rest. Decke? Ne, ne, ne. Decke kannst du nehmen. Ist gar kein Problem. Hier ist so ein Speifie. Bist du bei mir? Warte mal, ich habe meinen Rechten. Ah ja, das ist so... Ne, nehm mal den Kopf ein bisschen beiseite. Ich komme. Der Orbi. Oh, der ist aber groß. Ach du Kacke. Was ist denn das? Was schießt denn da oben? Ja, ja. Das ist der... Der packt ja in der Luft. Der Basher hier. Hau ihn ein. Er steht. Er steht jetzt im Wasser. Das ist natürlich echt bitter für ihn. Voll auf den Arsch gekloppt. Was ist denn das? Das ist so ein Vieh. Das ist riesig. Ja. Ja, weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, das sind so kleine kleine Bosse. Dann müsste irgendwas in der Nähe sein, was interessant ist. Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Gut. Du bist so nebendran, deine Leiche zerstückelt. Ich habe einen Screenshot gemacht. Gut. Warte mal, ich muss mal gerne was gucken. Produktion. Warte mal, eine Werkbank. Wir können doch herstellen. Ach nee, nicht hier. Okay. Was hast du vor? Wieso baust du hier eine Werkbank auf? Und wieso zwei? Hast du? Nee, Myzylidlum hast du? Was habe ich? Myzylidlum. Myzylidlum. Ich würde gerne diese Medical Inhalers machen. Medical Inhalers. Ja. Ja, aber zum Heilen. Genau. Und da braucht man Mycelium. Das war diesen komischen... Habe ich ausgepackt. Aber wobei, diese alten Pilze sind auch Myzylidlum. Ja, die großen Pilze müssten... Genau, die müssten das... Halt mal auf zu ruckeln, Spiel. Das liegt aber am Spiel. Das ist nicht die Aufnahme. Ich sehe, ich habe nämlich gerade mal drauf geachtet. Irgendwie ist das alles heute so ein bisschen... Na ja, egal. Hast du? Ich habe ein bisschen was, ja. Wie viel Sprit haben wir eigentlich noch? 68. Wir haben ganz schön Spritverbrauch hier, diese Jetpacks, ne? Was hat da jetzt auch? Da war auch Myzylidlum drin. Na ja, das sind die meisten Ranken und diese komischen Verstrebungen sind alle mit Myzylidl... Boah, was ist denn das hier? Guck mal nach oben. Alle? Guck mal nach oben. Ja, der Baum, meinst du? Der Baum geht ja über den... Hier oben ist was... Ne, ich meine hier diesen... Ach, das Ding hier, diese Luftbrücke. Ja, 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 okay, ja. Das geht... Das könnte was sein, ne? Da ist bestimmt irgendwas. Wollen wir da hin? Können wir mal gucken. Wo haben jetzt das Ding hingestellt? Nämlich ein bisschen an das Ark Survival Evolved hier. Allerdings, ähm, wie hieß der, der zweite Teil, wo die Decke zu war? Nichts drunter, das Add-on da. Weißt du, was ich meine? Das Spiel, ich denke. Ein bisschen so an Rennälen, ja, das. Äh, hast du Bären bei? Äh, Nüsse? Nüsse? Ne. Du kriegst meine Nüsse nicht. Aber wie viel Health hast du? Warte mal, ich kann die aber scannen, ich hab'n Scanner dabei. Ich hab, äh, unter 50 Prozent. Ja, hier, nimm mal. Wollen wir mal ausprobieren. Achso, wie viel er heilt, meinst du? Ja. Äh, wie löst man den aus? In die Hand nehmen oder was? Oder wie? Ja, wahrscheinlich, so wie essen. Ah ja, tatsächlich, hast du in der Hand. Ah, geil. Soll man die Hand nehmen? Mal anfassen? Nee, lass den mal bei dir. Und mich inhalier mal. Oh, voll. Es ist spät. Herzlichen Dank, dass ihr zuhört habt. Wir sind schon wieder am Ende. Wir haben nicht drauf geachtet, ja? Aber 27 Minuten folgen. Jetzt ist die Sonntagsfolge, die kann auch mal ein bisschen länger sein. Ja, genau. Wir freuen uns sehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's heißt. Äh, ist schon spät. Willst du ihn mal anfassen? Willst du ihn mal anfassen, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.